Ich glaube, dass Einsamkeit so die Grundmotivation für fast alles ist, was wir machen, sei es künstlerisch oder sonst irgendwie im Leben. Also das Gefühl, nicht in Bezug zu stehen zu anderen Menschen der Wunsch danach? Ja, ich glaube, dass das in der Zeit der digitalen Multiplikation und Vereinzelung, weil das ist ja sowas, was wir jetzt gerade erleben, auf der einen Seite sind wir wahnsinnig viel multipliziert, es gibt von uns schon extrem viele Copies, mehr oder weniger irgendwie so im digitalen Raum und dezentral und wahnsinnig viele Avatare auf irgendeine Art und Weise, dass das natürlich auch durchaus eine technische oder eine technologische Dimension mittlerweile auch gewonnen hat, dass wir sehr viel Zeit damit verbringen, auf der Suche nach einer Art von Verbindung oder wie man es ja schon sagt, einer Connection zu sein und weil wir so viel Zeit damit verbringen, dass wir uns die auch sozusagen suggerieren, indem wir uns viel mit dem Rest der Welt auseinandersetzen, dass wir uns deswegen aber vielleicht auch gerade deswegen ein bisschen von dieser restlichen Welt entfernen, auf diese Art und Weise.